Tag 20, Alter. So lange schon gespielt und noch nicht mal Onima bzw. Louis gefunden. Das ist doch nicht möglich, oder? Doch. Naja, auf jeden Fall, wir werden uns heute mal wieder darum kümmern. Willkommen zurück zu Pikmin 3 Deluxe in der letzten... Willkommen nochmal zurück zu Pikmin 3 Deluxe. Wir haben in der letzten Folge, haben wir nochmal was gemacht. In der letzten Folge war ich so dumm. Und hab ohne Scheiß meinen ganzen Pikmin... Einfach mal gedingen, hier, wie heißt es... Ich hab einfach mal im Stich gelassen. Naja, auf jeden Fall... Und heute werden wir uns... der Seite widmen... Wow, eine Fünferknopf bringen... So was wir heute machen... Ich werde das jetzt ein bisschen cutten... Weil ich ja noch den Boss mit reinschneiden will... Weil ich ja noch gegen den Boss kämpfen will... Huiiii... Das ist ein bisschen cutten... Nein, nein! Oh Mann! Diese blöde Steuerhunde... Okay. Mhm. Wir haben schon... Oh, der Puste. Oh nein, das ist ein Pikmin. Oh, schlaue Fuchs, ey. Auf geht's. naja wie auch immer jetzt mal gucken weil ich hoffe die brücke ist endlich fertig wo ist denn der rest von dem scheitz na toll super ich bin aber auch ein ganz feiner ja ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. Das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. ob das reicht für die ganzen gut das muss jetzt erst mal das müssen wir für den anfang ein boss zu besiegen wir haben jetzt schon mal wir haben jetzt alles gesammelt wird wir brauchen heißt brückenteile alles entfernt jetzt können wir zum baumstamm hoch latschen ich sehe schon noch eine xxl knopf prämen die können wir später mitnehmen okay wir gehen jetzt einen ganz großen baumstumpf ja lauf doch als ja und ich auch pilze gibt nur die macht halten sie durch und jetzt geht es eigentlich nur als der abend liegt er da das ist ja das ist ja what the fuck was das für die alter und Ja gut, zumindest noch 15, was haben wir denn da? Okay, ich weiß auf jeden Fall schon mal wie der Bosskampf geht, wir müssen immer so lange laufen bis... Lauf doch, lauf doch, lauf doch! Hä? Da kommt jetzt eine andere Attacke oder wie? Hä? Mann, jetzt? Hä? Versteh ich das nicht. Oh mein Gott! Achso! Ich fliege jetzt an Reihen. Kannst du alle angreifen, 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 angreifen! Ja, man! Bam! Wir haben jetzt jetzt Schmuggels aussieht, ja und nicht mehr geguckt, komm schon schön, komm schön, meine lieben, ja, fein seid ihr. Ich muss immer wieder bereit sein. Einmal, einmal frei sein, einmal dabei sein. Wupp, wupp, wupp! Gut, ich schreibe schon gleich einigen in den Kommentaren, ja, du machst doch das selbe ist doch das was Le Coop beim... Ach, na. Ja, ich komm jetzt wieder. Oh fuck, jetzt, ja, jetzt kommt das wieder. Hä, oder? Oh ja, doch, ja, stimmt, jetzt kommt das wieder mit der Dingssache. Genau, ich fliege die wieder in Reihen, genau, genau. Ja, die kleinen Flügel picken, wieder angriff, 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 auf sie fokussieren. Ja, die ist gleich tot, die ist gleich tot. Hier ist noch ein bisschen... Okay, noch einmal angreifen, dann ist die ein Tod. Oh fuck, echt mal jetzt. Was? Ja! Und sie ist tot. Und ne... Birne hat sie... Und Louis. Ist das... Capnoima? Er bewegt sich nicht. Wir müssen ihn zur Drake bringen und verarzten. Alter, war das heftig. Ich seh auch grad, die Flügel pickmen sind total langsam eigentlich. Komisch, ne? Ja, komisch, ne? Die roten und so. Die roten, schwarzen und gelben sind so richtig so schnell. Und hier die Flügel pickmen sind so richtig arschlangsam. Zumindest haben wir Käpt'n Louis. Heißt der Käpt'n Louis? Was? Die flügel! Die flügel! Willi! Warte, Moment! Was war... Warte, Moment! Warte! Wirklich, die flügel! Warte, Moment. Warte, Moment! Was ist der Prozess? Ach, sieht aber gut aus. So, wo war jetzt diese komische Knopfbriebe? Die ich noch haben wollte, so für meine kleinen Steinfreund. Oh mein Gott, die Zweifel sind echt nötig. Ob das doch nicht wahr? Oh mein Gott. 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 ja leute chill doch mal mein gott ja hallo lauf doch objekt geworden und da kommt die nachricht von der dringend das ist eine analyse wird durchgeführt außerirdischer von hokotate lebensform befindet sich im kürzlichen tiefschlaf er weiß wo unser überlichtschlüssel ist offensichtlich ist wacht er sich bei er bekommt gerade richtige schüttelpartie hier ja hallo lauf doch ach so der letzte kommt noch hier so du heini wo glasst du denn genau hier bleibt schön hier bis es nacht wird ach mir reicht es nicht nein Nein! Tag Ben, Junge, ja klar. Danke! Und der Kleine bleibt jetzt zwar da, aber... Mein Gott, ich hab 20 fucking Minuten für diese ganze Scheiße gebraucht. Tja, musst du leider gern mit leeren Marken bleiben. Hihi, ich entdecke gern in meinem Leben Früchte. Kerntresor. Er stimmt, Birnen haben auch sehr viel Saft. Die schmecken zwar trocken, ne? Schmecken so ein bisschen trocken schmecken die. Also ist nicht allgemein trocken, aber... Das Blöde ist ja meistens, wenn du zum Beispiel so eine Birne reinbeißt, dann schmeckt die so roh. Ich meine, es ist nicht mit trocken hier, dass die so komisch schmecken. Ne, ich meine, dass sie so einen komischen... Was soll ich das nennen? Auf jeden Fall, die enthalten sehr viel Saft. Das weiß man ja. Und, äh... Wir haben ja Dings bei sich. So ein komischen... Na, egal. Endlich gelang es uns Käpt'n Olimar von Okotate, der wahrscheinlich etwas über den Verblieb unseres Überlichtschlüssel weiß zu retten. Zwar ist er nicht ansprechbar, doch er ist noch vorhanden... Vorhandenen Lebenszeichen deuten darauf hin, dass er wohl in einen Schlafstand versetzt wurde. Wahrscheinlich haben ihm diese Viecher hin und her gewackelt und irgendwann wurde er mal richtig totgeschlagen. Da er in Sicherheit ist, sollte er sie zu sich kommen. Ich hoffe, der ist morgen ein bisschen wach. Oh, was? Du kannst nun im Boss... Du kannst nun in einer Besiege die Bosse-Mission gegen die Dornissen-Königen... Die Dornissen heißen die. Ah... Komischer Vogel. Dann bis zur nächsten Folge. Wenn ihr weiter solche schönen Videos sehen wollt, bin ich wieder bei gegen weitere Bosse-Kämpfe. Bis dann und ciao.